Lebenshilfe mit Fortuna Ehrenfeld Auf dem Weg in ein achtsames und inspiriertes Leben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebenshilfe mit Fortuna Ehrenfeld. In unserer heutigen Folge beschäftigen wir uns ausschließlich mit dem Thema Richtig Gendern. Richtig Gendern ist wichtig in unserer Zeit und führt uns durch ein dunkles Tal zurück ans Licht. Heute auch endlich mit dabei der freshe JJ vom Prenzelberg. Herzlich willkommen in dieser Runde, Jannis. Wie geht's dir heute? Hey Leute, ich war heute im Zug da. Danke, Jannis. Das reicht uns an dieser Stelle. Richtig Gendern ist in unserer heutigen Zeit die Grundlage für Jenny... ...gegenseitigen Respekt und der Achtsamkeit. Beispiel 1 Richtig Heideblume Falsch Kardinal Woelki Und wie immer zum Abschluss unsere beliebte Kategorie, die schönsten Haltestellen Deutschlands. Und schon wieder hat sich Bergisch Gladbach ganz nach vorne gebogelt. Vorbei an allen anderen Kandidaten wie zum Beispiel... Bergisch Gladbach, Magerstufe Park Bergisch Gladbach, Heidi Blume Bergisch Gladbach, Nuss Bergisch Gladbach, Mädcheninternat Ursula Bergisch Gladbach, Zappeln Bergisch Gladbach, Hungertod Bergisch Gladbach, Eichenlaub Bergisch Gladbach, Klappergang Bergisch Gladbach, Kinderstrich Bergisch Gladbach, Göbelberg Bergisch Gladbach, Gänsehaut West Berglich Gladbach, Mediterrane Terrassen Bergisch Gladbach, Hosentod Bergisch Gladbach, Bällebad Belzeck Gladdeck, Molkerei Bergisch Gladbach, Kindergedenkstätte Klapperstorch Bergisch Gladbach, Schnapp Bergisch Gladbach, Restaurant Schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt... Lebenshilfe mit Fortuna Ehrenfeld Mit Bommel Und Räubchen Gelächter Welt Untertitelung des ZDF, 2020